Das Yerka V3 ist ein Fahrrad, das in puncto Sicherheit und Flexibilität überzeugt. Neben einer patentierten Diebstahlsicherung bietet es eine Vielzahl an Features, um bei Tag oder Nacht sicher durch den Verkehr zu kommen. Das Yerka V3 stammt aus der Zweiradschmiede Yerka. Ein Fahrrad, das konventionell rein über die Körperkraft betrieben wird. Das Fahrrad verfügt über einen groben Molybden- und Aluminiumrahmen mit Novatec-Naben. Lasco 44T Aluminiumkurbelgarnitur und Kenda-Reifen. Eine Besonderheit von den Reifen ist, dass sie sehr gut reflektieren. Dadurch wird die Sichtbarkeit bei schlechtem Wetter oder im Dunkeln deutlich verbessert. Dazu passt das restliche Sicherheitskonzept. Denn Yerka V3 verfügt über eine patentierte Diebstahlsicherung. Dies ermöglicht das Öffnen des Rahmens. Dadurch kann das Fahrrad sicher an Pfosten, Gartenzäunen, Fahrradständern und anderen Strukturen befestigt werden. Jede Struktur mit einem Durchmesser von ca. 18 cm ist denkbar. Der ganze Vorgang dauert weniger als 15 Sekunden. Sorgt aber dafür, dass die Yerka V3 nicht einfach entführt wird. Außerdem werden Schrauben und Muttern verwendet, die sich auf herkömmliche Weise nicht lösen lassen. Für das Yerka V3 ist ein Spezialwerkzeug erforderlich. Nur so können Felgen und Reifen abgenommen werden. Darüber hinaus verwendet Yerkas V3 nur hochwertige Komponenten. Die Schaltung stammt von Shimano, die Pedale von Velgo und die Bremshebel von Tektro. Das Fahrrad wiegt nur 12,9 kg. Perfekt, um es ein paar Schritte zu transportieren oder für die nächste Reise im Zug mitzunehmen. Mit optionalem Zubehör lässt sich das Bike auch alltagstauglich machen. Mit ihrem Fahrrad stellt Yerka die menschliche Bewegung in den Mittelpunkt. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, in städtischen Gebieten voranzukommen. Daher sind die Produkte, die das Unternehmen zeigt, maßgeschneidert für diesen Lebensraum. Leicht, sicher und komfortabel zu fahren. Darüber hinaus sind 95% der im Fahrrad verwendeten Materialien recycelbar. Das Ziel ist es, 100% zu erreichen.